Willkommen liebe Fliegerkameraden. Hier stehen wir am Stand von Flightwork. Neben mir steht der Inhaber Herr Reitinger. Und das ganz besondere ist hier, Herr Reitinger hat die große Ehre weltweit für die Flugmodelle, die Red Bull Marke allein nicht nur drauf zu haben. Also wenn wir Design haben wollen, ein Red Bull ist es, ist unser Herr Reitinger mit seiner Frau, mit Flightwork die erste Adresse. Beziehen können wir diese Produkte über? Über den Fachhandel. Zurzeit haben wir Vertriebsstruktur in Österreich, Deutschland, Schweiz, die wir selber beliefern und Distributoren in Italien, Frankreich und Australien und Holland. Und beziehen Sie uns über Ihre Neuheiten, die jetzt 2011 rauskommen? Unsere Neuheiten sind in erster Linie die wunderschöne Corsair hier, die sehr scale gehalten ist und ein elektrisches Einzifahrwerk besitzt mit Fahrwerkdeckeln, die dann über eigene Servos zugemacht werden. Das Modell ist ready to fly, das heißt mit Motor, Regler, Einzifahrwerk, allen eingebauten Servos mit Akku. Sie brauchen also nur einen Empfänger und können loslegen. Perfekt. Was gibt es sonst noch? Neu ist auch jetzt die Auflage der kleinen und einer neuen Edge mit 1,7 Meter Spannweite, die im Show-Flug-Design des Air Race-Weltmeisters Hannes Aach ist. Und das ist seine Show-Flugmaschine, bei der Herr Aach auf Flugshows und Airshows auftritt und seine Aerobatik-Künste vorzeigt. Gehen Sie in diesem Jahr auf Veranstaltungen, wo wir die Modelle auch mal im Messestand sehen? Ja, wir werden versuchen, also möglichst viele Veranstaltungen zu besuchen. Es wird auch mit unserem Alpha-Jet eine Challenge geben, die ein kleines Staffelflugprogramm sein soll und es gibt im Herbst dann einen Bewerb und die Sieger dieses Bewerbes dürfen dann einen echten Rumflug mit dem Alpha-Jet vom Red Bull durch die Alpen machen. Na, das ist ja eine tolle Sache. Also, liebe Fliegerkameraden, es steht was Neues auf dem Programm, Red Bull-Alpha-Jet fliegen in den Alpen. Also, nachtschönen Witz. Dankeschön, dass wir heute hier haben. Ich danke auch. Dankeschön, dass wir heute hier haben. Dankeschön, dass wir wiederhören. Guten Tag. Tschüss. 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 Tschüss.